Äh, äh, nun? Säbchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Äh, deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Okay. Ja, Moment, ich hole mich gleich selbst an. Das ist gar kein Problem. Ich muss erstmal hier ran. Super-Gaffi-Anzug. Aha. Cool. Ist da noch mehr drin? Nein. Ist hier noch was drin? Bin ja immerhin derzeit zurückgereist, also von daher. Oh, Moment. Da ist natürlich auch noch mehr drin. Ich kann jetzt wieder alles plündern. Cool. Okay, das war wir rund. Ich bin jetzt... Aber ich bin doch der König. Wie konnte das nur geschehen? Mami, weint nicht, Schatz. Ich hab nur was im... Oh, komm. Amat, zumindest neben die Eltern wieder. Ist so all das cool. Ne? Läuft. Sof ich den Kasten, Kupa einzunehmen. Du musst... Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Gib mir ein saures König. Ja. Hörer König. Aus dem Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödjahre. Kein Scheiß. Ich bin's, Crack. Fick dich. Ich bin Crack. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg. Wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei. Und unserem König. Oh. Besiege den König. Aber ich muss kurz den Plan ändern. Ich möchte nämlich Blitzfreak nicht mehr mit dabei haben. So. Wer nehme ich den jetzt mit? Ihn könnte ich mal mitnehmen. Ihn habe ich... Ich nehme ihn mal mit. Wondertweak. Mal gucken, was Wondertweak so drauf hat. So. Los geht's. Besieger, den König. An unserem König kommt ihr nicht vorbei. Dann müssen wir das auf die... Der 3000 Leben? What the fuck? So. Wir sind dran. Ihr habt keine Chance. Superhelden sind sowas von letzter Sommer. Was? Wann war denn ein Fantasy-Franchise zuletzt Nummer 1 in den Kino-Charts? Ich meine gut, man muss sagen, es ist der König. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Also. Da er der König ist, ist klar, er ist krass drauf. Was macht denn das hier? Halt und verwöhnt einen Verbündeten. Einen Angriff, der garantiert schrumpft und der König. Ja gut, aber er kann leider nichts machen. Das blöd. Ach, das ist ja auch doof. Wollt ihr sagen? Komm mal, ja. Ich hätte natürlich jetzt auch ein Schild einfach machen können, aber... Naja. Es ist soweit. Alter, der... Können alle nichts machen. Der fucking König, Alter. Der kann aber... Wann kann der denn sowas? Der König hat so viel von drauf. Los geht's, Neuer! Ich muss es einfach mal so sagen, der König hat's drauf. Wir müssen den König sitzen. Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Der König, stärkster Krieger, wird mit diesen Spinnern fertig. Aha. Okay. Achso. Für den König! Heil dem König! Ne, Leute. Kein Problem. Ich nimm's mit dir auf! Ich! Kannst du auf mich zählen? Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Theologie. Du bist dran, Neuer! Nein, der hat auch viel Leben, aber nicht so viel wie der König. Ah! Denn der König hat mehr Leben. Ich nehm meine Blutprobe! Alter, du war krass, total! Okay, lass mich mal kurz... Yo, machen wir. Ziemlich einer schon down. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen! Aha, wobei, ich weiß gar nicht, geht das... Hm... Na, komm. Ich mag seine Ulti eigentlich, die ist cool. Was ist denn von Toolshits? Nochmal die Ulti, die weiß ich gar nicht. Spielt aber auch überhaupt keine Rolle. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten. Hm, hm, hm. So. Und X. So. Jawoll. Und natürlich... Und dann haben wir auf jeden Fall einen schon wieder besiegt. Und einer ist kurz davor. Sehr gut. Jetzt kommt Two Shad. Ja, hol's raus, Junge. Ne, das ist doof, das ist alles so cool. Dann müsste ich hier stehen, dann wäre es natürlich besser, aber... Dann machen wir das hier. So. Er kann nichts machen, was ich sehr nice finde natürlich. Klar. Ist aber auch geschützt. Das finde ich wiederum nicht so nice. Na, komm. Ja. Nimm dies. Aha, da muss dann ja dran sein. Shit. Dann machen wir das hier. Sehr gut. Der stärkste Krieger ist ja wohl lächerlich, ist das. So. Zack. Gut, jetzt ist dieses Toolshed wieder dran, aber das macht nicht. Jetzt, der stellt sich ja so hier hin. Oder warte mal. Verdammt. Na gut, dann macht er das hier und dann ist er down. So. Das ist eine Aufgabe für den lustigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheits. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bun-Chin no Jutsu. Aha. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ja gut. Dann muss ich voll gegen das Arschloch ran. Besiege den Dieb-Craig. Alles klar, machen wir. Irgendwie finde ich aber seine Fähigkeiten doch nicht mehr so cool. Also die eine, es stört mich, dass er nichts hat, wo er mehrere Leute mit angreifen kann. Aber, naja. Ach, er ist dran. Na dann. Oh, das war ein Fehler. Komm, Wanda Twink. Lass uns zu tun leben. Also, nicht Liebe zu... Also, ja. Ne? Ein bisschen Bescheid. Da machen wir auf jeden Fall seine komischen Dinger da weg. Und er kriegt auch nichts Damage. Ich glaube, danach ist er schon fast vorbei, oder? Okay, komm schon. Wir schaffen es. Ich weiß nicht genau was, aber wir schaffen es. Ach doch, stimmt. Ihn hatte ich auch schon mal mit dabei. Aber ich würde echt gerne wissen, ob er die gleiche... Fähigkeit hat. Also, die gleiche Ulti. So. Gut, jetzt ist... Ja, jetzt habe ich dran. So. Okay. Aber wobei, das war doof. Ich hätte seinen Zug unterbrechen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Also, los. Okay. Jetzt wäre es halt cool, wenn du mehrere angreifen könntest. Kann ich aber leider nicht. Okay. Lass mich mal überlegen. Ähm. Ja, gut. Das heißt, lass mich überlegen. Ich kann Ihnen nur eine einzige Sache machen. Und das ist nicht den... Doch, warte mal, warte mal. Moment. Moment. Ist das der echte, ja. Ich glaube schon. Ja, machen wir sie platt! Oh, scheiße! Tapfer gekämpft, Kamerad! Ich werde dich rechnen. Wachen des dunklen Hofes. Helfen mir, diese Arschlöcher zu besiegen! Für den König! Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, Vergangenes. Ich aber gewurstfeil. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Niemals. Wow, Vergangenheitskeil hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey! Den Hochjudenelfkeil. Ich verlass mich auf dich. Machen wir, machen wir, machen wir. Oh, die haben aber alle ziemlich viel Damage. Äh, Leben, meine ich. So. Zeig Ihnen, wer der Boss ist! Aber es sollte kein Problem sein. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Time-Line. Oh, wer weiß? Können wir uns bitte auf eine Regel einigen und dabei bleiben? Ja! So, warte. Ach, ich komme da nicht durch. Scheiße. Aber hier komme ich durch. Angriff auf dem Heseride. Wo haben wir diesen Trink gelernt? Genau, jetzt kommt sie mich dran. Und sie mich... Er wird tot, er wird auch wieder, mache ich das. Dann ist er nämlich down. Haben wir den auch schon hinter mich gebracht. Und dann wird wahrscheinlich nach der Paladin kommen. Dein Leben spotten. Verzeih, mein König. Ich habe versagt. Oh Mann. Das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Ah. Wir sind zurück. Äh, uncool. Knie wieder vor dem König. Erneut besiege den König. Warum ist der König dran? Nein, nein. Bin ich nicht gut. Der König ist nicht dran. Ich bin dran. Er hat wieder volles Life. Das ist doch scheiße. Okay, ich könnte ihn schon direkt fast... Also, ich mache es jetzt einfach. Und dann ist er nämlich fast down. Hat leider nicht ganz gereicht, aber... Okay, 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 okay. Haben sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ach, ja. Äh, das ist so nervig. Mega nervig. Na ja. Au. Lass unseren Freund in Ruhe, du Viehfling. Das muss ich mich natürlich erst mal wieder durchkämpfen zu tun. Wir haben überhaupt keine Chance. Das ist natürlich doof. Lange, liebe König Saftsack. Schöne Saftsack, immer. Okay, warte. Ey. War ich nicht dran? Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's mehr. Nee, das bringt nix. Das bringt nix. Ich mache... Wollen wir mal... Moment, ich mache was anderes. Äh, wollen wir den hier? Ja, ja, ja. Das bringt auch noch auf einem bestimmten Feld was. Dann machen wir das lieber hier. Ne, wir machen das. Ist okay. Machen wir den meisten Damage. So, kommt mal her. Schon weird, gegen sich selbst kämpfen zu müssen, aber hey. Da machst du nix. So, ein paar davon sind down. Danke, Onkel Jimbo. Nicht alle, aber ein paar. Und ich habe immer noch meine Ulti. Geschützt. Okay. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Was ist seine Ulti? Ich will sie... Ne, ich will sie hier eigentlich gar nicht einsetzen, weil ich glaube, das ist vielleicht die gleiche. Deswegen... Machen wir einfach das hier. Aber es ist halt geschützt, ne? Hier blitz ich einen. Das heißt... Vielleicht hast du ihn jetzt verlumpft eingeprägt. Ich bin mehr heiler als Kämpfer, Leute. Obwohl ich beides kann. Mikroaggression. Musste mal gesagt werden. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Oder ich mach das. Danach ist allerdings Kleid dran. Oder ich mach Kleid platt. Ach, aber... Nee, das... Nee. Ich mach mal das hier. Aua. Gut, jetzt ist der Kleid dran. Oh, cool. Warum? What the fuck? Jetzt ist der schon... Ach, komm. Ja, wir machen mal Muttermacher. Ich heile uns jetzt. So. Das ist ganz schön heftig hier, der Scheiß. Oh, dieser Dreckskönig. Alles klar, Neuer? Er hat schon krasse Moves drauf, muss ich dazugehen. Okay. Mache ich das oder mache ich das nicht? Oder gehe ich erstmal weg und versuche, wiederzubeleben? Ich hab da die krasse Wiederbelebung. Hier, die hier. So. Immerhin mit 250 live. Das ist schon mal nicht schlecht. So. So. Das reicht aber nicht gegen Kleid. Das ist ja krass. Ach so, weil er noch einen scheiß Schutzschild hat, ne? Aber egal, ich muss es trotzdem tun. Das bringt leider nix. So. Okay, ist natürlich doof, dass er dran ist, aber... Ja, das ist ja nix. Okay. Down. Savage. Ähm. Okay, wir frieren ihn ein. Danach ist er dran, aber den... Angriff kann ich natürlich abbrechen. Nein, nein. So. Er kann nicht. Alter, ich muss sie besiegen, ne? Ein Sturm, zieht auf! Ich muss sie schnellstens besiegen. Ein Sturm, zieht auf! Ah, ja, ja, Scheiße, Schild, die Scheiße. Okay, jetzt kommt... Was ist der Paladin? Ach du Scheiße, der König. Und jetzt kommt der König. Alter, der macht mega viel fucking Damage. Wunderprozent. Das Blöde ist, das bringt mir alles überhaupt nichts. Ey, Kacke. Ich könnte... Warte mal, noch einen Schritt vielleicht zurück. Jetzt wird die Speedster-Fähigkeit, dass ich mehr machen kann. Cool. Okay. So. He's back. Und er muss sich jetzt unbedingt teilen. Oder aber... Bereit zum Abflug! Er macht Damage. Er macht Damage. Ziel hoch, Kacke! Danach ist Mysterion dran. Da muss ich gucken, was er machen kann. Ich muss doch gleich mal gucken, wer dann dran ist. Wow, gute Arbeit, Human Cut! Wow, hier unten lebt noch jemand. Also, was quasi am meisten Sinn macht. Er ist dran. Fuck, er ist schon wieder dran. Scheiße. Komm ich nicht ran. Kacke. Mhm. Und danach ist Clyde dran. Das heißt, Clydey-Buydey ist dann... ...dof. Ich verwirre ihn einfach mal. So. Er macht sowieso nur eine einzige Scheiß-Attacke. Los! Der Lutscher. Au! Oh! Uuuuuh! Hat wohl nicht ganz so funktioniert. Hoffe ich. Tut mir leid, Alter. Sehr gut. Ich sterbe gleich, Leute! Ohne Scheiß! Okay, wir können jetzt ihn heilen. Mach ich. Ja! Wasser Marsch! Heilung ist immer eine nice Sache. Tätig! Perlausfall registriert. Und er ist tot. Verdammt. Er ist jetzt unk- Oh Gott, der König ist dran. Aber der König brennt. Ob Freedom Perl oder Kuhnfriend, ich will dich brennen. Okay, wir müssen, äh... Heilen! Wir haben aber auch so eine krasse Range einfach. Weißt du, was die alles attackieren können. Das ist verrückt. Scheiße. Das bringt ja alles überhaupt nichts. Äh... Ne, wir machen was anderes. Wir heilen uns mal. Okay, um 200 Leben. Immerhin. Nimm das! Ein frischer Wind! Vielleicht überlebt er damit irgendeine Attacke. Er ist dran. Jawohl! Kann der König nämlich nichts machen. Hier besiegt unseren König nicht! Sehr gut. Oh, aber mit seinen scheiß Pfeilen, ey. Hey, nur ich, dass meine Freundin... Aber überlebt. Aber überlebt. So, Butters. Ja, da geht noch was! Sehr gut. Sehr gut. Der König... The King. Okay, das bringt mir nichts. Das heißt, ich müsste das versuchen. Das versucht aber von mir... Also ganz geschmeidig von hier hinten, ne? Da. So. Okay, erst dann... Entweder mache ich das. Ne. Ne. Ne, wir machen was anderes. Wir heilen... Ihn hier. Puh. Okay. Obwohl natürlich jetzt die große Frage ist, was wäre seine Ultime. Ich würde das schon interessieren. Du viel Druck! 322 plus. Okay. Okay, ist die gleiche Ultime, alles klar. Macht er überhaupt nichts. So. Macht zwar nur wie dem König Schaden, aber immerhin. Und er ist verwirrt. Hm. Nun. Boah. Warum nicht? Ich verwirre ihn einfach nochmal. Mein König will schützen dich! Das Doofe ist er schon wieder dran. Er würde wahrscheinlich töten. Ich mache mal den hier. Ist mir alles zu gefährlich, was der da drauf hat. Eine Zeit kann nochmal leben. Gut, jetzt ist natürlich der König dran und der König haut ihn mit dem Ding platt. Alles klar. Ihn muss ich auch irgendwie versuchen kaputt zu kriegen, ey. Aber am besten von so weit weg, wie es geht. So. Am besten von so weit weg, wie es irgendwie geht. Aber das bringt mir auch nichts. Er muss sich unbedingt heilen, sonst ist das Kacke. Er braucht Heilung. So, er ist wieder dran. Er wird ihn erstmal wieder einfrieren. Gut, jetzt ist er natürlich wieder dran. Und er kann einfach aus, keine Ahnung, eine Milliarde Kilometer angreifen. Oh, Alter. Das ist so fucking nervig. Ich muss mich immer heilen, 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 ey. Hm. Das ist so blöd. So, die Ulti ist bereit. Sehr gut. Zeit für die Laser! Naja, aber nee. Nee. Warte. 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 So. Meine Winde werden dich erfrischen. Ich will eigentlich Mysterion zurückholen, damit er bei den nächsten Ulti wieder richtig auf die Kacke holen kann. Was will ich immer noch probieren und ich nur halluziniere? Vor allem heilt er ja auch. Muss ich dran denken, natürlich. Oh, scheiße. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Hm. Okay. Wir belegen ihn mal eben wieder. Wir belegen uns einfach alle wieder gegenseitig. Das ist kein Problem. So. Okay. Er ist zurück. In base. Der Kite bringt das Leid. Oh. Der Kite kann leider nix machen. Er kann ihm aber mal ein Schild geben. Und jetzt folgendes. Jawohl. Das heilt sogar voll. Das ist natürlich gut. Hätte ich mir das ja immer sparen können hier. Alles klar. Dann heilen wir uns halt wieder voll. Sehr gut. Und los geht's. Eine neue Runde. Yay. Okay. Er greift natürlich jetzt eh alle an. Psy. Das wundert mich nicht. Der König. Oh shit. Der König, ey. Er ruft die Macht der Toten an. Aber. Au. Wunderwing. Alles okay? Nein. Alles scheiße. Sie versuchen nicht uns zu bringen. Spiel keine Rolle. So. Er ist dran. Die Frage ist. Macht das jetzt so großen Sinn? Ich mag glaube ich eher das hier. Was wenn Wunderarsch den König besiegt und sich selbst aus der Geschichte ausfandiert? Ich werde dich bestrafen. Ich lege dich auf Eis. Da ich eh nicht an Ringstar Booster rankomme, weil der so weit weg steht, mache ich mal das hier. Das sollte nicht bremsen. Humankeit, startbereit. So, wir heilen ihn mal. Ich komme zur Rettung. Bei Mysterium macht's eh keinen Sinn. Du hast es dir verdient. Er ist eh gleich tot. Und dann ist auch er tot. Yeah. So. Nice. Der König ist besiegt. Kiha. Sie haben den König besiegt, Rückzug. Oh scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Oh Scheibenkleister. Oh ja. Boah, Stufenaufstieg, Junge. Ich weiß nicht, was es mir noch bringt, aber hey, hey. Halt, hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Oh mein Gott, wie macht er das? Macht er Witze? Es gibt doch Regeln. Oh mein Gott, wie macht er das? Jesus, habt ihr das gesehen? Hi Kinder, Eric ist in seinem Zimmer. Sehr gut. Leute, ich bin gegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt ihr schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, fett Arsch. Mysterion, du bist doch ein Freedom-Pel. Wir sind alle Freedom-Pels. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch. Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Zeig uns deine linke Hand! Ha, hallo Freedom-Pels. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Carmen, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, dass ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superfurz auslöst. Herr! Nein, Connor! Nein, 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 nein! Zurück durch die Zeit, 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 sondern zu schwach, Schwach, Schwach! Nicht schwach, es ist Kohl, Kohl, Kohl! Aha. Äh, sehr interessant.